Oh, da möchte ich mal ganz sicher nicht ... gequetscht werden. Ach ne, muss ich also aufmachen oder dann durchspringen. Egal, ich will erst mal.... die Rüstung, die ich nicht inhaleze. Ahh. Ach, Nö! Autsch. Autsch. Upp. Warte mal. Hier frisst das. Frisst das. Ich habe nur 12 Sekunden. Boah, hier, fress das. Boah, 15 Sekunden, das wird doch nichts, oder? Ach, der da oben, der hockt da auch noch. Wow. Das war, äh, last second automatisches, ähm, Mausgedrücke. Before it, äh, were too late gewesen. Okay, ich warte jetzt noch mal, bis das komplett aufgeladen ist. Äh, wait a second. Boah. Höh. Hier wäre ich gar nicht eingeklemmt worden werden, sein. Boah, ich hätte jetzt noch gesagt, äh, Herausforderung, ich springe danach genau wieder rüber. Aber actually habe ich mir das nicht getraut. Moin. Wollte er herkommen? Oh, ich hasse dich. Natürlich hat er es überlebt. Ach, komm hier, Davy Jones. Schnauze. Aber hier kommt auch wieder so ein Vieh. Wenn mein Ballert ins Hint drauf und kriegt trotzdem immer aufs Maul. Oh, da oben ist ein Geheimnis, oder? Aber da muss ich mich genau mittig hinstellen. Was war das jetzt für ein Geheimnis? Was waren diese Mondgesichter nochmal? Weiß ich gar nicht. Okay, da muss ich rüber, oder? Was gibt es hier so viele Wege? Ach, da muss ich hoch. Hä? Ach nee, na, was meint. Ah, da kann ich mich aber durchschlagen, glaube ich. Egal, denn ist ja der einzige Weg, wo ich jetzt lang kann, hier, ne? Ne, warte mal, hier komme ich her. Hier drüben. Oh. Lol. Oh. Ich kann es nicht lesen. Also muss es eine sehr hardrockige Hardrock-Metal-Band sein. Äh, Hardrock, genau. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Diesmal nicht, mein Freund. Er weiß ganz genau, dass ich anvisiert habe. Weißt du ganz genau? Arschloch. Au. Oh nein, was mache ich hier? Okay, da muss ich aber nicht hoch, ne? Da kam ich her. Ach, hier. Okay, warte. Munition und dann weg. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Okay, warte mal. Au. Hä, hä. Mit dir wäre ich fertig. Boah, der komplett nackig hier. Da haben wir mal ganz spontan den Kern aus dem Apfel gezogen. Ah, nee, ist ja ein Wender in Pfirsich. Oh, ihr mit euren Schilden geht mir so auf den Sack. Oh nein, warum habe ich das getan? Entschuldigung. Ich wollte das eigentlich nicht. Leute, taumeln die nicht so lange? Kam da gerade auch so ein Plopp? So ein niedliches, so. Plopp. Okay, danke. Leute, die kennen sich gar nicht lange nicht benutzt. Was haben wir hier? Ach, nö. Aha, aha. Hm. Das ist doch hier erstmal nur kurz, oder? Okay. Okay. Muss ich ja nicht draufballern. Oder muss ich ja vorher noch was anderes drücken. Ach, guck mal hier, die Kugeln. Ach, da achte ich immer gar nicht drauf. Okay, hier kamen wir her. BZW, hier kamen wir her. Ich hätte mal überall hochspringen können, oder was? Okay. Ist die Lösung immer, überall draufzuschlagen? Muss man überall alles mit Gewalt lösen? Okay, hier musst du auf jeden Fall draufschlagen. Okay, ich glaube, hier kommt auf jeden Fall gleich der Bossfight, ne? Aber ich muss ja hier rein, irgendwie. Aber hier komme ich auch... Ich komme hier auch nicht rein. Da kam ich her. Oh, da fehlt hier was, was ich noch nicht habe. Muss ich das irgendwie bewegen? Warte mal, ich komme mal ganz kurz nochmal runter. Da ist nur die Auskerbung. Hier wirst du, glaube ich, auch nur nach oben geschneuert. Warte mal ganz kurz. Ach, ja. I get it. I get it. Ja, oder auf immer zu kommen. Ach, nö. Hallo, da bin ich wieder. Muss ja auch witzig aussehen. Kommt hier der Slayer einfach wie aus dem Boden raus. Ganz fromm und froh. Hallo. Ich möchte vorher ausgerüstet werden. Oh, nö. Ich wusste nicht ganz genau, dass ich hier jetzt langkomme, ne? Einmal so an der Schulter so. Ey, du. Ich spreche mit dir. Oh, ihr geht auf den Sack. Lasst doch mal bitte Rüstung fallen. Denn lohnt sich die Finishing Moose auch, wenn ich voller Gesundheit bin. Okay. Ich hätte, was ich gerade auch wieder sehe. Ich hätte auch die scheiß Bob mir wieder benutzen können. Aber hey. Wer braucht die schon, ne? Äbische Türöffnung. Ach, weißt du was? Kommt doch hergekrabbelt. Ach, du bist ein blödes Arschloch, weißt du das? Du doofen Spinner. Ja, genau. Jetzt zerstört auch noch meine schönen... Jetzt zerstört meinen Plan. Dann machen die auch so abhaltig viel Schaden, ne? Okay, alles klar, das, äh... Das wäre es auf jeden Fall echt sehr gut. Also gegen die Schilde zumindest. Jo, was mache ich hier? Nochmal schön vorher, kurz vorher noch mal alles gewastet. Nochmal completely. Meine Muni, meine Gesundheit und mein Schild. Ist da oben das Schild noch? Ja, dann hole ich mir das mal schnell. Muss ich ja lohnen, ne? So, da vorne ist auch noch mal Gesundheit. At least. Okay, hier ist irgendwie so ein Schwingpunkt, ne? Da unten ist was zum Krabbeln. Da auch und da auch. Komme ich da oben hin? Nützt das was, wenn ich da oben bin? Ich glaube, das ist jetzt auch nicht viel, oder? Au. Vor allem, der wollte gerade schon... LOL. Achso, dass ich einen Doppelsprung machen kann. Stimmt, das war diese Energie. Oder diese Batterie. Oh. War das so gewollt? Warte mal, Slayer-Schlüssel. Wofür war der? Könnt ihr auch diese Mega-Shotgun nochmal benutzen, ne? Ach, hierfür brauche ich den. Alles klar. Oh. Oh. Überhaupt nicht groß. Ah. What? Kopf. Okay. Was mach ich hier? Und was macht er hier? Bleib doch mal auf einer Ebene. Reine fressen. Okay, Shotgun ist echt crazy, aber... Hast halt auch keine Dings, ne? So, das war die Granate. Oh, cool. Oh, cool. Okay, also Links-Schlg muss ich mir mal angewöhnen. Öfter benutzen, weil... Wenn ich die nämlich töte... Wenn ich jetzt höre da mit, denn, äh... Kriege ich scheinbar Dings. Jo, was bist du für einer? Haben wir uns schon mal... Wollen wir uns schon mal vorgestellt? Jo, jetzt werde ich hier... Kriege ich hier meine eigenen Dinger ab, oder was? Ich wusste, dass mir dieses Geräusch bekannt... Äh... Vorgekommen ist. Oh, keine Munition. Au. Ich brauche Muni. Alter, der ist auch richtig nervig, ne? Wenig Gesundheit. Alter, bist du nervig. Okay. Doom ist so... Nach... Jetzt muss ich kurz gucken. Nach zwei Stunden ist Doom so richtig... Alles klar. Vergiss deine Gehirnzellen. Du brauchst sie eh nicht. Jo, der frisst halt einfach unendlich. Okay, jetzt habe ich eine Kettensäge. Ich glaube, egal wen ich jetzt kille, der ist mit dem Erstmatter kaputt, ne? Yeah. Okay, das mal der Kettensäge ist eigentlich ganz geil. War egal, wie viel, äh... Munition du ver... Prast, du kriegst den eh wieder was. Oh, sieh. Lass uns einmal nur zum Hin- und Her-Schwingen. Oh, hier geht mir auf den Sack, ne? Bei dir hat auch so richtig schön... Richtig schön viel fressen. Oh, nö. Ich hab's verkeckt. Friss. Und friss. Alter, Schwede. Du bist jetzt der Letzte, oder was? Der Letzte Mohikaner. Alter. Alter. Gott, please. Please, Gott. War das jetzt eigentlich Teil des Plans? Musste ich den jetzt eigentlich? Ach, ne. Das war gar nicht... War gar nicht... Muss. Ich muss ja hier irgendwas machen. Okay, dafür muss ich ja oben hin. Anscheinend. Plitsch, 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 plitsch. Nee. Hier kam ich her, oder? Oder muss ich den nach oben boxen? Habe ich, glaube ich, schon probiert, ne? Nein! Okay, hier war noch ne Wand. Boah, saved. Ah, warte mal. Hier war ich doch schon. Da lande ich doch auch noch drüben. Okay, ich muss... Ah, okay, alles klar. Ich muss, äh, da drüben hin. Und dann wird hier die Plattform hochgehoben. So, wie das hier aussieht. Wie die Kette über die... ...zahne Räder da gespannt ist. Aber um da hinzukommen... Muss ich da oben lang, alles klar. Also muss ich da hoch, äh, hoch schwingen. Nein! Au! Okay, kleinen Moment. Ich glaube, je höher ich bin... ...desto höher schwinge ich auch, oder? Correct me if I'm wrong. Okay, never mind. Irgendwie muss ich aber das Ding hier... Irgendwie muss... Oder? Muss ich das Ding hoch machen? Da oben muss ich auf jeden Fall ran. So, wie ich stehe auf jeden Fall schon mal fest. So. Fuck. Nein! Hallo. Jetzt rüberboosten. Ähm... Ja, hallöchen. Hier jetzt so rüberboosten, oder was? Ach so, ja, macht natürlich... ...macht natürlich auch Sinn. Haha. Kling, klong, kling, klong, kling, klong. Alter, hier ist hoch. Okay, vielen Dank. Das war aber auch echt ein bisschen hohl. So. Und ich geh mal von aus... ...da hoch. Ich geh mal davon aus, jetzt muss ich ihn boxen. Ach du Scheiße. Überhaupt nicht übertrieben. Hey, cool. Jetzt ist das meine eigene Fleischbrücke hier. Aber jetzt kommt ein Endboss, oder? Ich fürchte dich nicht. Diese Schlacht ist nicht vorbei. Komm zu mir, Slayer. Ich warte auf dich. Hm. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch ein bisschen Munition. Ein bisschen Munition, ein bisschen HP. Irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Mein Gebete wurden erhört. Dankeschön. Das ist ja gut zu wissen, dass du wartest. Ähm. Was meinst du mit warten? Und vielen Dank für deinen Follower. Damit bist du offiziell... Wenn alles richtig... Wenn ich alles richtig durchgerechnet habe, der 40. Follower. Vielen Dank. So, dann... Äh... Mal schauen. War ja klar. Schön, dass das... Ich hasse diese Schildtypen. Ich weiß nicht, wie ich mit denen... vernünftig umgehen soll. Außer meine Munition zu verschwenden. Komplett. Hier. Fress die Bombe. Boah, er hat gar nichts mehr. Du hast gar nichts mehr. Du hast gar nichts mehr. Außer deinen Leck, ey. So. Okay. Aha, voll am Fuß. Okay, das mit der Zeitlupe ist eigentlich ganz praktisch, ne? Irgendwie. Boah, voll in die Mitte. Ja, natürlich. Okay, schweres Geschütz. Ach, wenig Munition. Boah, die... Diese scheiß Spinnviecher kann ich auch so gar nicht leiden. Lass mich in Ruhe. Fress die Bombe, ja. Ich find das Geräusch lustig, was der immer macht, so. Uh. So. Finish him. Hier war doch grad noch einer. Du mit deinem scheiß Schild. Oh, töte 666 Gemon. Hab ich echt erst so wenig? Es kam mir deutlich, deutlich mehr vor. Alter. Alter. Meine Fresse. Und jetzt hab ich gerade einen. Einer Rakete für seinen hässlichen Dämonen geopfert. Ach, die hab ich ja auch noch. Hey, schön. Keine Gesundheit. Wenig Gesundheit. Geplatzt statt geplatzt. Scheißvieh. Immer ständig am Ausweichen. Mann, ich will da runter. Ich will mir die HP einsammeln. I need it. Eieieiei. Matschpumpe hast du hier auf jeden Fall echt oft. Die hast du hier regelmäßig. Ich markiere seine Position. Okay. Irgendwo war doch hier noch, äh, Dings. Gut, HP brauche ich jetzt nicht mehr. Aber hier hinten war doch noch. Nein. Kletter hoch. Okay. Und da ist noch Munition. Und da wäre theoretisch auch noch ein Helm gewesen. But I'm fool. Gut. Einmal erst mal schlagen den Schalter. Oh cool, das ist ein Raumschiff. Ach, durch. Geil. Ich dachte, jetzt kommt noch mal ein Endboss. Wuuuuh. Oh Mann. Ah. Äh, ja. Ja, ganz ehrlich. Ähm, wenn du die Spinnendinger nicht magst, dann kommen noch viel Schlimmere. Oh, echt? Hey, das ist so beruhigend. Zum Fortsetzen halten. Achso, warte mal. Ich würde mal gucken. Ich habe doch hier eigentlich, äh... Eigentlich habe ich doch Dings bekommen. Sheet Code. Sammle Wecherkristall. Entflamme vier Dämonen. Zerstöre die, äh... Archonatron-Geschütz. Ach, ein Archonatron-Geschütz. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ich habe schon ein paar Viecher noch gesehen, die auf jeden Fall ordentlich scheiße aussahen. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Juhu. Fire in the hole. Big Reveal. Oh, nein. Mal zwei, genau. Schmeiß dich Schützen vor deinen Kollegen. So. Fallt bitte vom Zug runter. Damit würdet ihr mir einen riesen Gefeind tun. So. Der Lava-Express. Okay. Wenig Munition. Lase ich auf jeden Fall immer sehr gerne. Achso, ich habe den abgekoppelt. Der Höllenpriester bewegt sich nicht. Sein Wächter befindet sich in der Einrichtung vor Ihnen. Okay, okay. Werde ich vorher nochmal ausgestattet? Au. Gescheuert. Gescheuert. So. Schön. Okay, also die Dudes mit den Schildern, auf jeden Fall mit Plasmagewehr, weil der explodiert es. Das ist praktisch. Ich mag kleinere Streamer mehr als größer, weil ich da voll... Weil die voll auf einen achten. Die anderen lesen deine Nachricht dich mal vor. Aber es ist wirklich so. Aber gut, ich kann es auch irgendwo verstehen, wenn die da wirklich tausend Millionen Nachrichten auf einmal bekommen. Das ist ja, glaube ich, schwer alles rauszufiltern. Ja, aber ich kann es verstehen. So. Okay, okay. So. Okay, eigentlich habe ich hier eigentlich... Eigentlich habe ich schon alles, was für mich interessant ist. Halte-Maus-2 gedrückt, um einen Doppel-Rocket-Launcher mit zielsuchenden Geschossen zu aktivieren. Ach, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Achso, warte mal. Ach, das habe ich noch nicht. Stimmt. Die habe ich ja schon und die... Ich glaube, mache ich das noch. Ich glaube, das ist auch ganz praktisch. Dankeschön. Dankeschön, Vega. So, warte mal. Habe ich den jetzt? Ähm... So. 6 von 12. Was? 6 von 12? Äh, 120. Achso, das sind jetzt die 6 Megaschüsse, die ich machen kann. Hallo? Ich möchte nicht. Oh nein, Pinky. Ah, Pinky, äh... Muss von hinten eliminiert werden. Wo sind Pinky? Da ist Pinky. Tschüss, Pinky. Was lade nach? Achso, es lädt nach. Zeig dich doch mal von hinten. Fuck. Shit. Gott, hier sieht man ja gar nicht. Nein! Wo bist du, kleiner, hässlicher? Oh, siehst du, perfekter Side-Rubble kann ich natürlich öfter mal benutzen. Ah, warte mal. Genau, dann probiere ich das mal ganz kurz. Wo bist du, kleiner, Pinky? Wow, krass. Also, wenn es richtig takt ist, dann... Auf jeden Fall cool. Soll ich mir erst mal ein bisschen High-Ground hier bekommen. So. Oh, wie der rumgespinnt ist. Oh, scheiße. Was stand da mit im Anflug? So. So. Wow, ist halt da gar nicht so war. Wir schossen im Anflug. Meinen, der ist von dem, äh, von ihm, von ihmchen hier? Seit wann sagen sie das denn? Nein! Ach, nö, nicht schon wieder die Spinne. Juhu! Guck mal, kann ich hier oben stehen bleiben? Nein! Fuck! Fuck! Stirb doch mal! Ist auch echt ein Information-Overflow hier, ne? Schöne, richtige Reiz-Uberflutung hier. Weil es ist ja alles auch so schön auf engem Raum. Dann checkst du gar nicht mehr, was für Gegner jetzt auf einmal alle gekommen sind. Ah, dich habe ich ja vermisst, ey. Oh, diese scheiße Echse hier, ne? Okay, irgendwie würde ich ganz gerne für das Plasma-Eware oder für das hier nochmal ein bisschen Muni haben. Gott, bist du nervig. Hallo! Hast du, sag ich mal, die Raketen wäre verschillt? Ach, warte mal, jetzt hab ich noch einen Kennsäger. Ah! Jo, beruhig dich. Ich glaube, ich werde gleich das erste Mal sterben. Oh, doch nicht. Wenn diese kleinen Viecher, wenn die nah genug dran sind, dann nerven die sowas von heftig. So, Nummer 1. Und du. Alter, schwer. Junge! Alter Schwede! Mit dem Upgrade, das du gemacht hast, kannst du die Kanonen von den Spinnen one-hitten. Ja, genau, das hatte ich, glaube ich, eben gerade auch schon gemacht. Das haben wir auch in dem Vorschlag-Video gemacht. Und übrigens, du kannst so viele Megaschlüsse abfahren. Wie du willst, äh, die verbrauchen halt sechs. Ach, die verbrauchen sechs normale. Okay. Aber der muss halt, äh, nachladen, glaube ich, jedes Mal, ne? Boah. Junge, Junge, Junge. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben. Hm, hm, hm. Okay, ich dachte, ich kann mal irgendwas verschieben. Und hier ist noch so eine Batterie drinne, ne? Okay, da komme ich auch von unten hin. Oder muss ich die kaputt machen? Nee. Ach, hier geht's runter. Juhu! Äh, es hängt von der, äh, Größe ab. Äh, die Minions, äh, kannst du mit einem Treibstoff zerstören. Äh, zersägen. Die mittleren kannst du mit zwei. Und, ähm, drei ganz große mit drei. Äh, achso, bei den ganz großen mit drei. Ähm. Ähm, achso, wenn ich für die Kettensäge jetzt nur, hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Treibstoff ich da hab. Juhu! Okay, also hatte ich quasi nur Treibstoff über für, für, für so ein kleines Vieh. Das ist ja ärgerlich. So, öffne dich. Sesam. So, noch so eine schöne Seite eingesammelt. Und Munition. Jetzt hast du einen. Ah, stimmt, diese, diese Kanister sind das, ne? Ah ja, ich seh's gerade rechts unten, da, wo C steht, ne? Okay. Oh. Sieht überhaupt nicht übertrieben aus. Muss man dich noch töten? Yippie. So, genau hinter mir. Achso, hier geht's lang. Bam, 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 bam. Oh, das ist einer, den ich geweiht hatte am Anfang. Ach, von den Fiesen. Da bin ich mal echt gespannt. Speicherbuch, der reich, wenn ich jetzt... Nö, muss ich mich da ranklettern? Jo, der macht ja nicht hier einen Sprung. Lalalala. Blub, 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 blub. Hallo. Nein. Schluck. Jo, du bist zweiter. Da muss er erst mal schlucken, wenn der Slayer auf ihn zukommt. So, irgendwo noch was versteckt hier für mich? Hm, da muss ich weiter, da kam ich her, okay. Die Antwort ist nein. Ach, nö. Na, Pinky. Erstmal schön Porzelbaum gemacht. Okay, also wenn man es richtig macht, dann sind die echt nicht so schwer. Also ich hatte die bei Doom 2016. Hatte ich in Erinnerung, dass die richtig, äh, auf den Sack ging. Oh, ein Fragezeichen. Das muss ich mir merken. Ich glaube, da komme ich gleich hin. Oh, ja, stimmt. Ja, hab's vergessen. Komm wieder. Ich vergesst, zu pressen E. Guck mal, kann man den hier nicht abkürzen? Oh. Äh, Pinky, willst du, äh, uns mal etwas von, äh, deinen Tarnübungen zeigen? Ach, Tarnübungen. Ah, hat er gut gemacht. Da kriegt man gleich, äh, Motivation, Sport zu machen. Oh, Leute. This is fucking close, Boy. Was ist das? Warte mal, war hier nicht irgendwo auch Dings? War hier nicht irgendwo das Geheimnis? War das hier über mir? Will mich jemand ärgern? Oh mein Gott, bester Save. So in etwa, ja. War ich gerade erstaunt von mir selber. So. Ach, der macht hier diese Schilde. Lässt sich aber auch nicht treffen, ne? Juhu, rennt genau rein. Uah. Schön an der Hand. So, jetzt am Kopf noch. Gute Nacht. Schlaf schön. Ah, fuck. Diesen Megaschlag müsste ich mir öfter mal sparen, eigentlich. So, wo war jetzt das Geheimnis gewesen? War das hier oben? Huuu. Alter Schwede. Flatschkopf ab. Genau. Eliminiere Deak Ragnok. Äh, Ragnak. Ragnak. Ach, da oben war das Fragezeichen. Genau. Da muss ich ja theoretisch nur hochkommen. Hochkommen und rüberkommen. Nö. Ich habe auch mal ein perfektes Timing drauf. La 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 la. Ähm. Ich würde gerne die andere Seite. Ach, da oben war das. Oh, shit. Ach, ja. Immer a little bit too late. Immer a little bit too late. So. Okay, wie komme ich jetzt da oben hin? Eigentlich kann ich auf die Schienen drauf, ne? Yeah. Ciao. Habe ich jetzt trotzdem bekommen? Hä? Was? What the fuck? Warum bin ich jetzt so weit zurückgeschmissen worden? Das ist ja unfair. Aber ich glaube, ich habe den trotzdem bekommen. Aber da oben ist doch glaube ich noch was, oder? Oder auch nicht. Hä? Ach so. Ich muss hier eigentlich drauf, um dann da drauf zu springen. Das ist ja doof. Ich habe es doch so oft noch ohne geschafft. Na gut. Manchmal kann man hier einmal abkürzen. Einmal öfter. Juh. Ach so, das ist der... Der Boss jetzt, ne? Oh boy. Hallo. Hat das was mit mir zu tun? Ah, jetzt habe ich noch eine Rune. Perfekt. Führt Larry kills schneller aus. Bessere Bewegung in der Luft. Überlege einen tödlichen Treffer und verlangsame die Zeit, was dir die Chance gibt, dich zu erhöhen. Äh, erholen. Ähm, das, äh, überlege ich mir tatsächlich. Hinterlassen, Gesundheit, okay. Ach komm, ich mache das einfach. Wird wahrscheinlich noch oft genug vorkommen, dass ich, äh, dass ich, äh, diese Gesundheit habe. Ähm, ähm, ähm. Genau die Muni brauche ich jetzt nicht, oder was? Davon habe ich so viel. Ah, perfekt getimed, ne? Oh. Hui. Ach, nö. Nein. Das ist ja irgendwie unverwundbar gegenüber Headshots. Oder juckt ihn das einfach nicht? So. Ah, genau. Perfekt. Jetzt habe ich zwei Aufladungen für die Kettensäge. I get it. Nein. Kämpft mal schön gegeneinander. Ich will euch da nicht stören. Wo willst du hin? Ah, warum sterben die nicht? Ist ja unfair. Ach, die machen sich gegenseitig keinen Schaden. Schade. Ich habe immer gedacht, dass das ein bisschen, dass das wenigstens ein bisschen immer was bringt. Ah, fuck. Oh, knapp. Los, schnell sammle die Gesundheit ein. Hilfe, Hilfe. Was soll das nun werden? Ach, komm, da kannst du dich doch ein bisschen ducken und dann passt du da durch. Hm, hm. Okay, also es verworft echt eine ganze Menge, aber... Wow. Ist hier auf die Kanonen. Ah, Nummer eins. Shit. Oh, fuck. Ich habe keine Muni mehr. Hä? Okay, das ist dann doch ein bisschen intensiv, ne? Hm. Kaputt. Au. Beruhigt euch. Okay, ich improvisiere. Shit. Ciao. Okay, bevor ich überhaupt drüben war, habe ich jetzt alle gekillt. Das ist natürlich auch beruhigend. Nein. Hä, warum geht das nicht? Ich muss ja da hochspringen, aber nicht. Ähm. Weil ich muss mit dem Doppelsprung ein bisschen warten. Ich spame da immer das, äh, Leerzeichen. Ah, ja, perfekt. Höh. Du, kleines Arschloch. Improvisation fehlgeschlagen. Ja. Spontan klappt bei mir aber eh nicht so. Juh, Waffnung gehalten. Yeah. Ja, 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 ja. So. Einmal. Die kann ich auch sehr gut gebrauchen. Oh, Plasmagewehr auch sehr gut. Pakete. Okay. Wird jetzt ausgegraben? Der Höllenpriester. War es nicht das Vieh von vorhin? Nur klein. Okay. Witzig, dass du immer auf Särgen herumkletterst. Ja, ist echt witzig. Die, äh, die blöden Dämonen. Die haben sich anders verdient. So, Muni. Siehst du, das finde ich zum Beispiel komisch. Imgrain muss ich nicht eh drücken. Oh, shit. Okay. Oh, guck mal, da drüben. Da drüben kann man auch rum. Oh. Das heißt doch bestimmt, dass da irgendwo ein Geheimnis sein muss. Nein. Oder? Ach, da. Aber komme ich da überhaupt hoch? Wow. Holy shit. Geheimnis gefunden habe ich jetzt gar nicht drauf. Ach, da. Juhu. Shadows don't scare. Commander Klein. Goal. Ähm, kann ich bitte einen Chatfront haben? Freund? Ne, was meinst du? Warte. Oh. Freund? Was meinst du mit Freund? Das sagt mir jetzt gerade irgendwie gar nichts. Ach so. Ach, Freund. Jo. Eigentlich müsste mein Kumpel noch drin sein. Aber ich glaube, der macht gerade Papierkram. Darum ist, glaube ich, so ein Kletterdings. Ah, fuck. Ich bin natürlich schlauerweise runtergesprungen. Kenia. Ja, leider keiner da. Oh, fuck. Wow. So, Krabbel, Krabbel. Okay, so. Das habe ich übersprungen vorhin. Okay, jetzt nochmal hoch. Ach. Noch ein Geheimnis. Ich schaue mich weg. Okay. So. So. Nummer zwei. Nein! Schluck! Juhu! Ich habe das ja ruiniert. Die Beine kann ich auch noch kaputt schießen, ne? Junge, Junge! Jetzt mit Sniper! Schön die Phrasen. Oder erstmal in die Kanone. Wer den Doppelsprung noch hatte? Schau rum, du kaputt! Kaputt gemacht! So, da drüben sieht es noch verdächtig aus. Aber ich glaube, hier muss ich hin. Okay, genau. Dann ist da nochmal wahrscheinlich ein Geheimnis. Fuck! Okay, Nummer 1. Juhu, extra Leben! Ähm, na, war klar, hier ist nochmal so eine Herausforderung. Och, nö! Das kostet... Ach, ne, der war meint! So, ich wollte ja das hier machen. So, da habe ich nämlich Beute schnell aufgesammelt. Okay. Krabbel, krabbel, krabbel. Ach, moin! Plupp! Oh, der hat vier. So, einer nach dem anderen. Keine Sorge, jeder kriegt ja auch was. Dankeschön! Und more life. Schönes Denglisch. Oh! Ach, rot Schlüsselkart. Ach, die habe ich eh gebraucht. Alles klar. I get it. War es nicht der Slayer, der die Dämonen zu uns brachte? Die Khan-Maker darf dir für das Geschenk der Arch- und Energie dankbar sein. Du bist für das Leid der Menschen verantwortlich. Und jetzt noch ein schlechtes Sie Wissen machen. Dann wäre ich eher noch mehr wütend. Ich habe noch mehr wütend.